Dieser Film zeigt, wie man im Kindergarten Geschlechterstereotypen entgegenwirkt. Der Film bezieht sich auf die ausgezeichnete Bachelorarbeit von Julia Burry. Vielen Dank dafür. Kindergarten ist die Zeit, in der Kinder lernen, dass sie zu sozialen Gruppen wie Mädchen oder Junge gehören und dass damit Erwartungen verbunden sind, wie man sich gibt, was man tut und was man nicht tut. Das kann dazu führen, dass Kinder eigene Entwicklungspotenziale vernachlässigen und andere Kinder abwerten, wenn diese zur anderen Gruppe gehören oder nicht den Stereotypen entsprechen. Julia zeigt in fünf Bereichen, wie man dem entgegenwirken kann. Erstens durch Nicht-Rollen-Stereotype- Verkleidungen in der Familienecke, wie RitterInn und AstronautInn, welche Julia kaufte und mit den Kindern besprach. Die Verkleidungen fanden regen Anklang bei den Mädchen, die jetzt beispielsweise ins All flogen, um einzukaufen und mit etwas Abstand auch bei den Jungs. Zweitens durch das Ausweiten und Verbinden von Spielbereichen. Zum Puppenhaus kamen beispielsweise Straßenteile und Autos hinzu und damit neue Rollen wie Polizei und Sanität und neue Spielhandlungen wie ins Schwimmbad fahren. Mädchen wie auch Jungs beteiligten sich sowohl am Straßenbau als auch am Rollenspiel. Umgekehrt wurden vorgefertigte Umgebungen weggelassen. Mädchen bauten jetzt eifrig aus Lego Häuser und Gehege für die Bauernruftiere. Zwei Jungs bauten aus Klötzen und Tüchern eine Land- und Wasserwelt und spielten den Konflikt zwischen Land- und Wassertieren. Ein Mädchen baute ein Haus aus Bechern, richtete es mit zwei Jungs zusammen ein und man spielte gemeinsam die Familie, die darin wohnt. Drittens durch Bücher. Durch das Bilderbuch der Junge im Rock und Diskussionen darüber wurden die Kinder angeregt, Toleranz gegenüber Nicht-Stereotypen-Verhalten zu entwickeln und Stereotype zu hinterfragen. Viertens durch das Aufdecken vielfältiger Gemeinsamkeiten. Kinder orientieren sich stark an äußeren Merkmalen, um Gruppenzugehörigkeit herzustellen. Um das aufzuweichen, hat Julia paarweise Kinder nach vorne genommen und sie und die anderen nach Gemeinsamkeiten gefragt. Farbe von Kleidungsstücken, Haarfarbe, Art der Trinkflasche. So sahen Kinder, dass es vielfältige äußere Merkmale gibt und sie entwickelten ein Gefühl für Zusammengehörigkeit über das Geschlecht hinaus. Und schließlich durch Sprache, indem darauf geachtet wird, das Geschlecht als Personenmerkmal nicht in den Vordergrund zu rücken. Julia beschreibt, wie sich ihre Wahrnehmung geändert hat und Geschlechtsunterschiede weniger bedeutsam wurden. Sie sah plötzlich starke und selbstbewusste Mädchen genau wie soziale, hilfsbereite Jungs. Vielleicht ja auch, weil alle Kinder ihre Fähigkeiten viel ausgeglichener übten und ihre sozialen, technischen und anderen Kompetenzen ungehindert entwickeln konnten.